Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Al-Tana. Der neundimensionale Arthurianische Rat durch Daniel Scranton erhaltet unsere Unterstützung, übersetzt von Al-Tana. Seid gegrüßt, wir sind der Arthurianische Rat. Wir freuen uns mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Wir haben euch weiterhin die Unterstützung angeboten, die ihr benötigt habt und wir sind sehr glücklich zu sehen, dass ihr diese Unterstützung nutzt, um euch zum nächsten Schritt auf eurem evolutionären Weg zu führen. Ihr habt so viel Unterstützung von überall in der Galaxie und von jeder erdenklichen Dimension. Aber wenn ihr diese Unterstützung nicht erhaltet, sie anerkennt und etwas damit tut, dann bekommt ihr nicht den vollen Nutzen aus der Unterstützung, die euch angeboten wird. Es gibt ein breites Spektrum, in das jeder einzelne Mensch fällt. Und dieses Spektrum erreicht bis zum extremen, sehr egoistischen Alles-Selbst-Tun-Wollen, damit man alle Anerkennung und Lob von den Wesen bekommt, die sagen, ich kann überhaupt nichts tun, ich brauche dich, um alles für mich zu tun. Der Grund, warum wir darauf hinweisen, ist, dass wir wollen, dass ihr irgendwo in der Mitte dieser beiden Extreme steht, wo ihr offen und aktiv unsere Hilfe und unsere Unterstützung erhaltet, aber auch auf eure eigene Initiative angewiesen seid. Wenn ihr die Unterstützung, die ihr erhaltet, in Anspruch nehmt und sie annehmt, könnt ihr viel weiter gehen, als wenn ihr einfach darauf wartet, dass ein anderes Wesen kommt und alles tut. Das ist die Integration der göttlichen, männlichen und weiblichen Energien, von denen so viele auf dem Planeten Erde sprechen und suchen. Ihr müsst empfangen und dann müsst ihr auch handeln. Aber ihr macht es nie ganz allein, egal wie es für euch aussehen mag und niemand kann alles für euch tun, egal wie sehr ihr dieses besondere Ergebnis auch erfleht. So sind wir und so viele wie wir hier mit euch zusammen, weil es uns gefällt und weil ihr darum bittet. Wir werden diesen Weg mit euch weitergehen und ihr werdet besser darin werden, unsere Unterstützung zu erhalten. Wir werden auch besser wissen, wann und wie wir sie anbieten können, da wir euch weiter studieren und mit euch plaudern, wann immer wir die Gelegenheit dazu haben. Dieser Tanz, den wir zusammen gehen, hat vor langer Zeit begonnen und wird nie enden. Wir sind der Aktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Wir sind der Aktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.